Check gerne meinen Shop aus für die neuen Nice Sachen und die Camouflage Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Elfmeterschießen hier auf meinem Kanal. Mietz, meinem Bruder. Was geht? Was geht Leute? Heute Real gegen Paris Saint-Germain. Leute, ihr seht hier gerade noch im Hintergrund eine schicke Animation. Sie dann ruft schon mal die Jungs zusammen. Trommelt schon mal Jungs zusammen. Okay, wir gucken mal Leute. Wer gewinnt? Ihr wisst was zu tun ist. Hashtag... Sieht voll geil Leute, das ist neu. Das hab ich noch nie gesehen. Hey, guck auf Corona-Anstand. Ey, ist das wegen Corona? Hey Junge, das hat die Corona-Anstand. Das ist doch Besprechung einfach. Kann sein. Leute, schreibt gerne rein, was denkt ihr, wer gewinnt? Hashtag Real. Ich bin Real. Hashtag PSG. RSPG. Und dann schauen wir mal, was ihr schreibt. Leute, lasst ihr Like da, abonnieren, Blog aktivieren, täglich einschalten und vieles mehr. Ihr wisst Bescheid. Und... Achso. Lass uns mal erzählen. Softair Strafe. Softair Strafe gibt es für den Verlierer. Ja, ja, und check nur den Shop ab, ne? Oh, was machst du denn? Kurz Merch-Werbung gemacht. Fast abgeknallt, aber... Leute, nice designs, orange, blau, rot, grün. Auf Fedor Eilow, guck ich euch an. Kissen, Tassen, Turmbeute, Gratis-Autogramm, Kadifitis dazu, unterstützt mich gerne mit dem Kauf. Ihr wisst es, Leute. Niemals auf den Kopf zielen, ja, mit irgendeiner Waffe, auch wenn es nur eine Software ist. Und nicht die Hand drauf machen? Ja, Hand kannst drauf machen, hauptsache nicht. Nein, hauptsache nicht. Hauptsache, wenn Hand durchgeschossen wird, ist jetzt nicht so schlimm, aber wirklich, ziel niemals auf den Kopf, Leute, weil ihr... Junge, ey, jetzt geh doch mal weg damit, Alter. Ist nicht geladen, ist nicht, aber auch wenn sie nicht geladen ist. Niemals auf dem Kopf zielen, es kann immer was schief gehen, Leute, ja, auch wenn es nur eine Software ist. Ihr müsst auch eigentlich immer da Schutzbrennen für aufsetzen. Niemals Schutzbrennen auch wenn ihr irgendwie schießen. Wir machen das, damit ihr es nicht mehr machen müsst. Genau. Also Leute, wir starten mal rein, wir haben beide 92 Elfer-Schützen. Letztes Jahr hatten die besten Elfer-Schützen 91, jetzt gibt's Neymar und Ramos, beide mit 92. Sehr mega krass. Kann man mitarbeiten. Schmeckt mir, Junge, äh, sonst Bappé, 70 Elfer, what, aber 91 Abschluss, Icardi, 90 Abschluss, Digga, wieviel, 90 Geist, Junge, ich glaub, Neymar ist der beste Freistuss-Schütze, den es gibt. Der hat krass, wie macht die Abschluss und 92 Elfer-Schütze, ist heftig, zusammen, also insgesamt beide Werte. Weil Ramos, also, den allgemeinen besten Schützen, den es gibt, glaub ich. Ja, kann schon sein. Groß, soweit unten, WTF, Alter. Na gut, groß bei Mino, 6er Schütze. Na gut, ich bin soweit fertig, eigentlich. Du nicht, du nicht, juck den gar nicht, ja gut, ich bin ready, wenn du es bist, ich bin ready, wenn du es bis hohen, wenn ab auf Platz 11, weil ihr wisst, ist alles hohen, meine Schuld, bist du ready? Bisschen nervös, wie sonst was, Alter, was da los? Ich würde nur gut aus, er weiß, dass er es hofft, er hat es spannend ist. Okay, ab geht's, Leute. Die Zahnung hat oben mit Strich, mit Strich oder ohne, okay, Ramos, ich weiß nicht, hat Ramos mit Strich und hat so einen fetten Strich. Friseur sein, Friseur besser, Mann. Ramos hat da auch irgendwie mal so einen eigenen Anlauf, so ein bisschen, ne, aber in echt zumindest. Warum hat er den so, ich hab ihn auch unten gezieht, der knallt den oben voll um Möhre rein, juckt ihn wieder gar nicht. Ah, das ist 92 Elber, Alter, da habt ihr es mal gerade in Perfektion gesehen. 1-0, Sergio Ramos, kann man wieder arbeiten mit dem Kollegen. Mit dem, boah, kann man nicht arbeiten mit Courtois. Mit Courtois kannst du nicht arbeiten, ne. Der Courtoise, der Courtois kannst du echt gar nicht mitarbeiten. Okay, Eden Hazard, Hazard, ab geht die Post, haut das Ding rein. Haupt, boah, der war, boah, das war mal ein bisschen am besten Elber, den ich geschossen habe, ey. Den wollte ich gar nicht so krass schießen, aber der ist ja mega. Der hat sogar down, hat ihn nicht bekommen. Ja, okay, ja, ich hab einen Vorteil, Courtois ist 1,98. Okay, dann haben wir es 1,86, 1,85, irgendwie so, relativ klein im Vergleich. Kylian Mbappé jetzt, den juckt es nicht. Wie groß der, verladen, verladen. Torwart ist, ja, beim Lupfer sieht jeder Torwart schlecht aus, sagen wir es mal so, es wäre es zu auffällig, wenn ich jetzt auch lupfen würde. Deswegen, ich hätte jetzt nicht lupfen würde. Ich wollte eben eigentlich mit Hazard schon lupfen. Ach, komm, nicht zu arrogant, nicht zu arrogant, wieder in dieselbe, boah, der war ja wieder krass geschossen, Alter, was ist hier los, Alter? Oh, jetzt kommt Neymar. Manchmal ist so ein Anlauf nicht gerade unbedingt gut, Alter, es verwirrt einen ab und zu teilweise noch mehr, Alter, Vorteile bringt. Guck dir das an, ey. Jetzt stoppt er noch halb ab. Oh, da hat Neymar dich verladen, der hat den ganzen Tag nach links geguckt. Ich verarsch, ich habe auch nach rechts gezielt. Ich habe gar nicht so oft geachtet, ich achte gar nicht mehr auf den Kopf, weil, wo der hinguckt, bringt eh nichts, weil wir ziehen. Ich bin eh meistens immer in der Mitte und zieht dann als kurz rüber. Ja, deswegen, das hat keinen Sinn. Let's go, wieder selbe Ecke. Oder auch, nein, das war zu auffällig, ne? Ja, ich habe es gewusst, ich habe es gewusst, wir sind ein Hund, ne? Das war viel zu auffällig, Alter, scheiße, Alter. Das war zu auffällig. Du Wurf-Wurf, Alter. Ich hatte wirklich am Anfang sogar in die Ecke gezielt, Alter. Ja, der Fan da, der im Blauen, ne? Das ist ein Ehre, Alter. Das ist völlig am Eskalieren, Alter. Okay, komm, wir müssen halten. Na, Mann, ich baue auch mehr. Ich war schon aus dem Tor raus, wo der Ball ankam. Du warst schon im Südsudan, Alter. Ich muss treffen, Alter, scheiße, Alter. Ich muss treffen, ey. Isco. Ich war der blaue Fan wieder, ey. Der ist dein Fan, Alter. Der Bruder sitzt da, Leben. Aber der ist PG-Fan. Ja, die haben nicht mehr Sitzplätze bekommen, die sitzen da. Wir müssen auch sein Schwarzmarkt-Ticket sein. Vielleicht auch bester so, sonst Schlägerei. Komm. Boah. Den hätte ich doch mal halten müssen. Das sah voll komisch aus, ey. Okay, du kannst, also, ich hab, ich hab selber verkackt, ne, eben, aber ich hab zwei gute geschossen, dann einmal Pech gehabt. Warten auch schlecht geschossen, aber, ja, ich bin wieder da, Leute. Ich wollte nach rechts, warum bin ich nicht nach rechts? Boah, jetzt kommt der Tony Donner, der Tony Macaroni kommt doch noch zum Einsatz, Alter. Ich glaub's nicht, hier. Tony auf Platz 6, ey. Hat er sich nicht nehmen lassen, ey. Ich will auch nochmal schießen. Lass ich mich nicht nehmen, ey. Let's go, Alter. Let's go. Schöne Idee, bitte. Das fand ich die Scheiße immer. Nee. Ah, ja, was wir vergessen haben zu erzählen, Leute, die Differenz gibt's, ne, als Schüsse. Ja, es gibt's eh zwei Schüsse. Oh, Dino, was ist denn da los? Hab ich noch nie gesehen, ey. Und bei einem Torabstand gibt's auch zwei Schüsse, weil ein Schuss bei uns nicht. Come on, wir müssen halten. Komm. Nein, Alter. Längste Elberschießen aller Zeiten. Du erzählst es immer. Erzählst. Von damals. Das Längste Elberschießen bis 140. Erzählst das uns immer. 123. 123 war das, ich weiß gar nicht mehr. Okay, Rodrigo. Come on, Brudi. Das Längste Elberschießen, das wir bis... Ey, Junge, den muss man doch halten. Das ist Längste Elberschießen, das wir bislang in FIFA 21 hatten, ne? Nur mal so kurz als kleine Anmerkung. Nee. Doch, doch. In FIFA 21. In FIFA 21. Boah, bislang schon, ey. Das war ein Zentimeter. Cottoir. Ja, gerade hätte er auch halten müssen. Also, so oder so. Aber, ähm... Ödegard. Come on, Ödegard. Let's go, Ödegard. Oh, der war wieder knapp. Ja, das war eben. Meiner war genauso knapp vor. Oh, Bernhard. Ja, aber meiner davor war auch genauso knapp. Bernhard. Ihr wisst jetzt, was passiert, wenn Bernhard jetzt verschießt. Dann ist wieder alles seine Schuld. Dann kriege ich aber keinen Schuss. Das ist wieder alles seine Schuld. Kriegt Bernhard die Schüsse, ey. Das ist dann wieder alles seine Schuld. No, Bernhard hat es Brudi. Doch nicht sein. Nein, Courtois. Ich hab... Oh, Scheiße. Ich gehört für Trouise, Digga. Courtois, Brudi. Komm mal auf, man. Und dann, Courtois. Ja! Kille, Brudi. Komplett auseinandergenommen, Bruder. Jetzt müssen wir aber noch gewinnen, Alter. Gouillet, du kleiner Schlawiner. Was hat der auf dem Trikot stehen, ey? Steht auf jeden Fall nicht Gouillet. Das ist zu knapp. Ja! Courtois entscheidet das Ding, Alter. Oh, mein Gott. War das schön, ey. Was ein Loupfer von Courtois. 8 zu 7, Alter. 8 zu 7. War aber ein gutes Elferschie. War ein schönes, geiles Elferschie. Den hab Bock gemacht. Oh, Scheiße. Schade, dass meiner nicht der Letzte war, der Loupfer. Weil wir jetzt schon mal in Slow-Mo sehen können. Leute! Du verlierst. Zwei Schuss. Gana steht da hinten drauf, bitte. Gana. Okay. Wir machen die Softwarebestrafung. Ich hab mir schon überlegt. Letztes Mal, da hab ich auf ein Oberarm gemacht. Ich mach diesmal beide. Beide Oberarme. Beide Oberarme. Ihr wisst es. Verladen. Wie gesagt, Leute, passt auf damit. Hast du erst rechts oder links? Wo wir es sind? Ja, dann mach da. Nicht ins Gesicht oder so zielen, ey. Auch wie gesagt, wenn es nur Software ist. Immer Brillen tragen, wenn ihr damit spielt oder so. Oder weggucken. Oder lass die Scheiße generell. Bist du bereit? Ja. Drei. Halt deine Schnauze. Zwei. Eins. Tart weh oder was? Tart weh? Einen hab ich noch. Einen hab ich noch. Tusch kurz, war ein halbkutzel. Aus schlachen. Nochmal, genau auf die selbe Stelle. Boah, okay. Ab geht die Post. Boah, ist aber nah dran. Ich weiß nicht, ob nah dran die Kugel mehr. Power M. Ich weiß auch nicht. Hat auch oder so. Egal. Drei, zwei, eins. Boah, der ist full auf meinen Disco. Die ganze Zeit Angst, dass du mir in den Kopf schießt, ey. Ey, Junge, was ist denn mit dir los? Ja, weil dir kann man nie wissen, ey. Leute, das war's auf jeden Fall. Lasst dir ein Like, das ist gerne abo. Falls ihr euch abonniert habt. Ich hab den ganzen Körper, ey. Du das gerne. Abonnieren, Glock aktiven, täglich dabei sein, Leute. Wisst es täglich einschalten, 18 Uhr neue Videos. Checken euren Shop aus Nice Designs, Orange, Blau, Rot, Grün, Kissentassen, Turmhaut, vieles mehr, gratis. Autogrammkarte gibt's noch zu eurer Bestellung dazu. Da ist fresh, wenn ihr vorbeischaut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Hau rein und ciao. Ciao.